Hallo Leute, willkommen zurück hier bei Bafen mit Fluch. In der letzten Folge haben wir ein paar Aufgaben mitgenommen, nämlich eine Clubbörse zu finden und 50 Dollar aufzutreiben, damit uns Ultra zum Bullseith Hill fährt. Ich war tatsächlich ein bisschen ratlos gewesen, habe aber glaube ich eine Idee gefunden, wie es weitergehen kann. Und das schauen wir uns jetzt gerne zusammen an. Viel Spaß! Wir hatten ja schon eine Erfahrung gebracht, dass die Clubbörse hier bei dem Kollegen mit dem Dönerstand liegt, aber wir können leider nicht mit ihm reden. Das heißt, wir müssen uns irgendwas überlegen, wie wir trotzdem zu der Clubbörse kommen. Und interessanterweise haben wir hier jemanden, der ein kleines Schlitzrohr ist und es viel leichter bei mir hilfreich sein kann. Schauen wir doch mal, ob es nicht vielleicht ein Neos sein könnte. Wir sprechen mal mit ihm. Hallo Neo. Hallo Sir, wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen? Vielleicht bei der Clubbörse. Schau, das klingt jetzt etwas merkwürdig, aber ich brauche Arthors Bürste. Was? Die Bürste, mit der er die Kebabs einstreicht? Ja. Ich suche Ihnen stattdessen lieber ein paar schmutzige Postkarten heraus. Neo, das ist ernst gemeint. Arthur hat diese Bürste von einem Freund gestohlen und ich möchte sie wieder zurückbringen. Einen Freund? Vielleicht kann ich Ihnen helfen, alter Junge. Unter Umständen. Vielleicht. Unter Umständen? Vielleicht? Sie sollten nicht glauben, dass ich gewinnsüchtig bin, Sir. Aber ich bin ein Kaufmann und Kaufleute handeln. Kaufmann? Hier ist doch nicht die Börse. Nun, wenn Sie unhöflich werden. Nein, nein. Nein, 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 du hast recht. Was willst du? Was haben Sie? Ja, keine Ahnung, habe ich vor allem... Müssen wir hier doch nochmal draufklicken. Wirst du mir helfen, die Klobürste von Arthur zu bekommen oder nicht? Ich werde entzückt sein, zu helfen. Aber wir haben uns noch nicht darauf geeinigt, was für mich dabei herausspringt. Was hättest du gerne? Was haben Sie denn? Was habe ich denn? Einen Ball zum Spielen? Na, was hältst du davon? Oh, Sir, was für ein famoses Spielzeug. Eines Tages, wenn ich reich bin, baue ich... eine weltberühmte Sammlung an knallbunten Bällen auf. Oh, ja. Ist das dein Ernst? Toternst. Die Leute werden von weit her kommen, um meine... Ja? ...Sammlung zu besichtigen. Die Rockefellers und die Gettys können ihre Kollektionen der sogenannten Hohen Kunst behalten. Beantworten Sie eine Frage. Was nützt ein Picasso, frage ich Sie, wenn man ihn nicht gegen die Wand werfen kann? Der Punkt geht an dich. Sir, für so etwas Wundervolles würde ich Ihnen gerne helfen. Ich dachte, Händler wären so gerissen, dass sie nie durchblicken lassen, was sie wirklich wollen. Bäh, sage ich zur Gier der Händler. Tief im Inneren bin ich ein Ästhet und verlange nach diesem roten, hüpfenden Ding, das mir den Verstand raubt. Verstehen Sie das? Nicht so richtig. Wenn ich dir den Ball gebe... Ich habe es Ihnen schon gesagt. Ich helfe Ihnen, wenn ich den Ball bekomme. Wie sieht es aus? Naja, da müssen wir doch noch nicht lange fragen, ne? Das sagen wir natürlich ja. In Ordnung. Hier hast du ihn. Die Leute erzählen schlechte Dinge über Amerikaner, aber meiner Meinung nach sind sie okay. Welche Leute? Was für schlechte Dinge? Ist jetzt nicht so wichtig. Vergessen Sie die Bürste nicht. Genau, ja, die Bürste. Sie müssen zu Arthur nur höflich sein. Es erheitert seinen Tag, es macht sein Leben lebenswerter. Wie kann ich zu dem Typ höflich sein, wenn ich kein Wort Syrisch kann? Arabisch. Das meinte ich. Merken Sie sich einfach diesen Satz. Il ackel kalb. Il ackel kalb? Ganz gut so. Jetzt gehen Sie hinüber zu Arthur und sagen diese süßen Worte in sein zartes Ohr. Er wird alles für Sie tun. Wirklich? Wirklich. Warum habe ich das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt? Was genau bedeutet Il ackel kalb? Ein höflicher und freundlicher Gruß. Er wird alles für Sie tun. Okay, aber selbst wenn wir ihn freundlich grüßen, woher weißt er dann, dass wir die Kloböste von ihm haben wollen? Hm. Bis dann, Neo. Und tschaut sie, Sir. Und tschaut sie, na gut. Dann gehen wir mal zu Arthur. Dieser Autor. Ich kann mir den Namen irgendwie nicht merken. Und sagen da mal ganz nett Il ackel kalb. Nochmal hallo Sir. Hallo. Kebab. Ja. Ja, Kebab. Alles gut. Hm. Il ackel kalb? Oh. Dreckig. Schlicht. Schlicht. Oh, ich töte mich. Äh, Moment. Ja, beruhige dich. Ich hab doch nur Füße. Los, an die Arbeit. Hehehe. Ist das ein Messer? Ach du Scheiße. Hallo. Ach, da warnt ihr unten wenigstens. Äh, geht trotzdem noch ein paar Schritte hier zur Seite. Nee, da kommt nicht. Ja, und jetzt? Äh. Hm. Geht mal wieder zurück. Die Folge ist ja noch nicht alt. Im Servicefall müssen wir den Spielstand eben einfach nochmal neu laden. Hä, das ist wieder ganz friedlich. Aber die Clube ist jetzt weg. Na, guck doch etwas ratlos. Ja, wir gehen mal schnell hier vorbei. Jetzt würde ich doch gerne mal von Neo wissen. Was wir da jetzt eigentlich genau gemacht haben? Weil ein freundlicher Gruß schien, nur das nicht zu sein. Hallo, Neo. Was zum Teufel hast du mir da gesagt, was ich ihm erzählen soll? Geduld, Sir. Geduld? Geduld? Ich wurde von einem wahnsinnigen Kebabverkäufer verfolgt und dann soll ich geduldig sein? Aber bedenken Sie, Sir, als sie vor dem aufgebrachten Arthur wegliefen, konnte der aufgebrachte Arthur die Bürste nicht benutzen. Nun mal langsam. Willst du damit sagen, dass ich nur das Ablenkungsmanöver war? Ihre Bürste, Sir. Aha, cool. Ich kann nicht glauben, dass du mich wegen einer Klobürste auf die Todesliste eines Kebabverkäufers hast setzen lassen. Der Zweck heiligt die Mittel, Sir. Ja, allerdings ging es nicht um deinen Arsch. Denn bedient wird auch, wer nur rumsteht und wartet, Sir. Oh, erspar mir das. Okay. Ah, jetzt haben wir die Bürste, tatsächlich. Danke, dass du mir die Bürste besorgt und dafür mein Leben aufs Spiel gesetzt hast. Keine Ursache. War mir eine Ehre. Ja, okay. Guter Ball ist jetzt dann auch weg. Aber da haben wir eine Bürste. Gut. Ciao, Sie. Wir sehen uns, Neo. Tschüss, dann, Sir. Ja, und mit der Bürste gehen wir jetzt zum Clubmanager. Und der gibt uns dann den Schlüssel. Und wir kommen in die heiligen sanitäre Einrichtungen. Komm, lass mich durch. Heute noch. Dankeschön. Okay, hier ist noch alles beim Alten. Keine neuen Leute da. Und mit ihm zu sprechen, macht ja keinen Sinn. Soll ich ihm die Bürste direkt geben? Ist wahrscheinlich am einfachsten. Abermals einen wunderschönen Tag, mein Freund. Es hat wohl nicht viel Zweck, eine tiefgreifende Diskussion zu beginnen. Korrekt. Wenn ich kein Arabisch und er überhaupt nicht sprechen konnte. Naja, ein paar Brocken Arabisch kannte ich schon. Aber es wäre weder schlau noch höflich gewesen, sie hier anzubringen. Hier ist ihre Bürste, Sir. War nicht einfach, sie wiederzubekommen. Ich glaube, da meint er das Illackelkalbe. Ah. Der Manager nimmt die Bürste, gibt mir die Toilettenschlüssel als Belohnung und geht. Und warum geht er da deswegen gleich? Über wo ging es denn? Manager sagen, bah. Anschauen Zustand hier. Brauchen viel Säuberung in Putzmittel bevor mögen. Das hat er alles gesagt? Körpersprache sagen auch viel, sie wissen. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Okay, gut. Wir haben jetzt hier einen Schlüsselbund. Der Schlüssel zur Club-Toilette. Wo sind denn die Schlüssel? Ich sehe zwei. Na gut, äh, dann benutzen wir mal die Schlüssel und gehen hier mal rein. Okay, was haben wir denn hier alles? Wir gucken ja anstatt euch ein Fenster rein. Ist hier jemand drin? Hallo? Hallo? Ist da jemand drin? Keine Antwort. Also schubse ich mal. Okay. Das sind interessante Toiletten. Was muss ich da hinknien? Hm, ich möchte es mir gar nicht vorstellen. Und ich dachte schon, die Franzosen hätten komische Toiletten. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Dass die irgendwie nur so komische Löcher im Boden haben. Ich habe seit heute Morgen noch nichts getrunken und ich muss nicht auf den Top. Na Gott sei Dank. Oh, was war das? Das Toiletten-Design unterscheidet sich leicht von dem, was ich gewohnt bin. Aber eine Spülkasten-Kette ist überall auf der Welt gleich. Na dann spül mal. Oh. Ups. Ups. So war das jetzt eigentlich nicht gedacht. War da jetzt die Kette vom... Na gut, ist das der ganze Spülkasten? Aber ich glaube, der hat nur die Kette genommen. Ein Stück Kette, die ich in der Toilette vom Club Alamut abgestaubt habe. Na gut. Ja, wir wollten eigentlich nur spülen. Ich habe doch keine Ahnung, warum wir das wollten, aber wir wollten es. Komm mal hier wieder raus. Was haben wir hier noch? Ein Spiegel. Der Spiegel ist so sauber wie alles andere hier drin. Meint ihr das ironisch? Das Spiegel spiegelt also, wenn man ganz nah dran ist. Und sobald man dann wieder einen halben Meter wegtritt, spiegelt auf einmal nicht mehr. So, Wasser können wir also auch aufdrehen. Okay. Wasser Marsch. Okay. Ist ja noch was? Was war das? Gehen wir zur Seite. Ah, ich glaube, das gehört ja noch dazu. Ja, okay. Das ist halt der andere Hand. Das war der Spiegel. Da haben wir noch so einen... Papierspender. Ein endlos Handtuchspender. Okay. Okay. Na gut, es ist halt relativ endlos, ne? Ich meine, wir können ja mal eine ganze Folge machen, wo wir hier einfach nur das Papier abwickeln und wieder aufrollen. Aber ich glaube, hier passiert auch nicht mehr. Okay, also wir können irgendwas mit Wasser machen, wenn wir den Kelch vielleicht mit Wasser füllen. Könnten wir machen, aber nicht. Da muss man den Gips vielleicht wieder nass machen. Vielleicht brauchen wir wieder irgendwelche Abdrücke, die wir irgendwo nehmen können. Anscheinend nicht. Ein Handtuch zum Aufsaugen habe ich diesmal auch nicht. Das Taschentuch vielleicht. Nö, will er auch nicht. Okay, dann haben wir jetzt die Kette eigentlich nur das Einzige, was hier drin tatsächlich zu holen war. Hier geht es wieder raus. Bei den Fliesen noch irgendwas. Hier der Abschluss. Nö, das nix. Toiletten haben wir uns schon angeschaut. Geht hier drüben weiter. Nö, geht nicht weiter. Ja, schade eigentlich. Das heißt, der Club, wo tausende von Mitgliedern wohlgemerkt da sind, hat genau eine Toilette und ein Waschbecken. Das ist üppig. Ja gut, dann gehen wir es mal wieder raus. Und sind wieder ratlos. Wir sprechen nochmal mit... U-Ul-Ul-Ul-Talisa. Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Ich seien gesegnet mit eurer erhabene Gegenwart erneut wieder. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Ja okay, das hier brauchen wir wahrscheinlich wieder nicht draufklicken. Was haben wir hier? Was bedeutet Il Akelkalb? Wer sie das beibringen. Nio sagte mir, ich solle das zu Arto sagen. Und Arto dann rausholen, riesig Messer und nachlaufen. Genau, woher wissen sie das? Ich kenne Arto. Sie ihm sagen in mörderisch, mieser, arabisch, sein Kebab gemacht aus Hundefleisch. Ich habe ihm gesagt, er kocht mit Hundefutter? Kein Wunder, dass er ausgerastet ist. Nein. Ulta, nicht meinen Fleisch für Hund. Ulta, meinen Fleisch von Hund. Oh. Willst du vielleicht eine Spülkastenkette haben statt der 50 Dollar? Was sagt Ihnen diese Spülkastenkette? Sie bringen Bürste wieder, damit so keinen stehlen Kette? Wie ganz krümelig im Keks, was? Touché. Aber das war nicht beabsichtig. Ich wollte eigentlich nur spülen. Ich wollte nicht klauen. So, dann machen wir nochmal die Schlüssel. Schauen Sie, ich habe die Schlüssel zur Toilette. Muss dieses Lebensziel-Syndrom sein, über das ich in der Geo gelesen habe. Ah, ja. Okay, gut. Die Diskussion hier kennen wir schon. Das können wir uns sparen, solange wir kein Geld haben. Okay. Und tschüss. Dann erstmal tschüss, Ulta. Möge gutes Glück Ihnen folgen, allüberhin, Mister. Ja, das wäre echt gut. Dann gehen wir mal wieder runter auf den Marktplatz. Wird das jetzt irgendwas anders oder... Hm. Bei irgendeinem Zweck muss diese komische Kette ja auch haben. Oder sie dient einfach nur der Ablenkung. Falls das das Ziel ist, es klappt wunderbar. Aber ich habe keine Idee, was ich damit anfangen könnte. Ich spreche nochmal mit Pearl. Hallo, Pearl. Hallo, George. Schön, Sie zu sehen. Spülkostenkette. Wie gefällt Ihnen die Kette für die Toilette? Sie sind ein ganz seltsamer George. Oh, ja. Oh, ja. Vielleicht, wenn du auch mal aufs Klo musst. Ich habe hier die Schlüssel für die Toilette. Bei meiner Verdauung halten Sie sie lieber griffbereit. Ich bin aber auch eine Schlimme. Oh, ja. Ja, und da haben wir den Typen hier noch. Haben Sie etwas vom Kebabstand gekauft? Um Gottes Willen, nein. Mit meiner Verdauung? Okay, gut. Dann sind wir hier auch fertig. Ich muss jetzt gehen, Pearl. War mir ein Vergnügen, George. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben, ja? Ja, unbedingt. Ich glaube, wir sehen uns sogar im zweiten Teil von Barfumits Fluch wieder. Hallo, Duane. Ja, mach doch dein Foto fertig. Hallo, George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Mit einer Idee, wie es in dem Spiel hier weitergeht. Weil ich weiß nicht, was ich mit dieser Spülkastenkette machen soll. Sagt Ihnen diese Kette aus der Toilette etwas? Es bedeutet, dass irgendwo jemand nicht die Toilettenspülung betätigen kann. Stimmt. Ich habe hier die Schlüssel zu einer Toilette. Eigene Toilette der Geschäftsführung? Nicht direkt. Hm. Okay. Haben Sie dem Kebabverkäufer etwas abgekauft? Überhaupt nicht. Pearl hatte schon einmal einen schweren Anfall von Montezumas Gachel. Okay. Okay, bis bald, Duane. Worauf Sie sich verlassen können, George. Hm. Was tockt denn eigentlich hier die ganze Zeit so komisch? Ah. Neo spielt mit unserem Ball. Hallo, Neo. Ich rede mit dir und habe auch keine Ahnung worüber. Hallo, Sir. Wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen? Man scheint gar nicht. Äh, Schlüssel? Erkennst du die Schlüssel? Nein. Die sind für eine Toilette. Danke, dass Sie mich daran teilhaben lassen. Ja, da ist bestimmt auch noch eine Verwendung in deinem Stand für diese Spülkastenkette. Was hältst du von der Spülkette für die Toilette? Bauen Sie eine Toilette in kleinen Raten zusammen? Ja, der war gut. Gefällt mir. Also der Humor in dem Spiel, ne? Ich hatte es ja schon mal gesagt, aber es gefällt mir echt gut. Okay, ciao, Tzi. Bis dann, Neo. Und ciao, Tzi, Sir. Und jetzt spielt er wieder. Hm. Er wirft es gegen die Tür. Also den Ball. Vielleicht können wir ihn irgendwie ärgern, wenn genau in dem Moment sein Vater rauskommt und ihm den Ball gegen den Kopf wirft. Guck, wir drücken einfach mal auf die Klingel. Oh, oh, was war das? Also der Ball ist hier irgendwie im Regal hin und her gesprungen. Wir probieren nochmal. Hm. Okay, die Tür lenkt den Ball ab. Und hüpft es an dem Regal rum. Also nicht die Tür, sondern der Ball springt dann im Regal rum. Vielleicht. Moment, haha. Die Katze geht doch auch auf das Regal, wenn wir sie streicheln wollen. Vielleicht müssen wir die Katze streicheln und dann... Wir probieren das mal aus. Ja, genau. Und hier nochmal drücken. Ah. Ich hab schon erst gedacht, da passiert gar nichts. Aber anscheinend haben wir jetzt irgendeine komische Statue. Der Fall hat der Statue nicht gut getan. Die Arme sind abgebrochen und zerbröselt. Oh, okay. Vielleicht können wir mit dem Gips irgendwas machen. Müssen wir ihn restaurieren. Die Statuette sieht nach diesem Sturz ziemlich lädiert aus. Überall Macken und beide Arme sind abgebrochen. Dann bräuchten wir aber wieder das Wasser, oder? So. Nö. Das ist keine gute Idee. Naja, das sagst du jetzt so einfach. Ich fand das eigentlich schon eine gute Idee. Ach, und er ist wieder enttäuscht und traurig und guckt irgendwie ein bisschen missmutig. Der muss eigentlich da bald jetzt hin. Muss man ihn wiederfinden. Ich hab jetzt ehrlich gesagt aber eher auf die Katze geachtet. Und nicht auf den Ball. Wollen wir ihn nochmal drauf drücken? Hat der Vater vielleicht den Ball? Ja, okay, gut. Das kennen wir jetzt schon. Ach, wir sprechen nochmal mit Neo. Ja, Ball? Nö. Hm, das ist bestimmt irgendwie im englischen Original irgendwie eine bessere Pointe gewesen. Ja, ich hab hier deine Statue. Kann ich die Statue haben? Sie ist schließlich zerbrochen. Natürlich. Und wenn mein Vater den Kater dafür zwischennimmt, dass er sie zerbrochen hat, können sie auch noch eine schicke Fellmütze haben. Naja, so weit wollen wir nun auch nicht gehen. Gerade hier in Süden bräuchte ich, glaube ich, keine Fellmütze. Gut, dann gehen wir wieder. Wir sehen uns, Neo. Tschüss dann, Sir. Tschüss dann, genau. So, wir haben jetzt eine kaputte Statue und Pearl wollte doch irgendwelche Gegenstände haben. Also irgendwas Altes hier auf den, auf diesen Markt. Hallo Pearl. Hallo George. Schön, Sie zu sehen. Vielleicht können wir ihr diese Statue idealerweise für 50 Yankee-Dollars verkaufen. Interessieren Sie sich für Antiquitäten? Und wie? Haben Sie etwas, George? Wie wäre es mit dieser feinen Statue? Oh, George, das wäre ideal. Außer, ich weiß nicht. Sieht neu aus, George. Sie würden doch nicht versuchen, mich hinter das Licht zu führen, oder? Nein. George? Großer Gott, nein, Pearl. Nichts liegt mir ferner. Okay. Das sieht zu neu aus. Ich muss jetzt gehen, Pearl. War mir ein Vergnügen, George. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben, ja? Können wir die vielleicht irgendwie... Das hat man doch schon mal probiert hier. Auf gar keinen Fall. Ist die ein Zerkratzen? Mit dem Ding vielleicht? Nö. Vielleicht doch nicht. Mit dem Schlüssel? Hm, auf gar keinen Fall. Hm. Mit der Schminke beschmieren? Oh ja, anscheinend schon. Der Gips scheint die Theaterschminke nur so aufzusaugen. Und dann sieht er echt wie Stein aus. Aha. Die Theaterschminke hat Wunder gewirkt. Jetzt sieht das Ganze wie alter Marmor statt wie billiger Gips aus. Pearl! Ich hab da mal was. Hallo, Pearl. Hallo, George. Schön, Sie zu sehen. Wie gefällt Ihnen dieses hübsche Stück einer antiken Statue? Ach, wie schön. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Aha. Aber, das ist für die Sache. Was denn? Es sieht dieser modernen Statue, die Sie mir gezeigt haben, verdammt ähnlich. Äh, nun, das ist, weil, wissen Sie, das ist, weil, das ist, weil, das ist, weil, das ist, weil, die erste, die ich Ihnen zeigte, eine moderne Kopie von der hier ist. Und ich habe den Künstler aufgesucht, der die Kopie angefertigt hat und habe das Original gekauft. Ja, das erklärt alles, ja. Oh, George. Können Sie mir noch einmal verzeihen? Es gibt keinen Grund, glauben Sie mir. Hätten Sie es gerne? Sehnlichst gern. Aber ich habe nicht genügend Geld bei mir. Och nö, was ist denn... Wenn Sie losgehen und Duent suchen, dann bezahlt er dafür. Wenn er Schwierigkeiten macht, sagen Sie ihm, ich möchte sie. Okay, nur dann machen wir das so. Interessanterweise haben wir uns hier überhaupt gar nicht vom Fleck bewegt, während wir die Kopie von der Statue zu dem Händler gebracht haben, den wir ausfindig gemacht haben, um uns dort das Original zu besorgen. Hm. Ist auch gar nicht verdächtig. So, Dwayne verschwindet hier hinten. Er kommt dann hoffentlich nach vorne wieder raus. Komm, zeig dich. Jawohl. Und? Statue. Hallo, Dwayne. Hallo, George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Was halten Sie davon? Oh Gott, sieht alt aus. Ja, ich musste die halbe Stadt dafür auf den Kopf stellen. Junge, Sie haben mehr Glück als wir. Sieht wie aus der Römerzeit aus. Davon verstehe ich nicht. Was die zu Hause sagen werden. Was wollen Sie dafür, George? 50 Dollar. Oh, ich kann nicht. Es ist der Fund des Lebens. Ich meine... 50 Mäuse. Nehmen Sie es oder lassen Sie es sein. Das Geschäft geht. Hier, nehmen Sie. Und das ist für Sie. Ich kriege jetzt erst mal 50 Dollar? Aha! Oh, da haut gleich wieder ab. Ja, coole Sache. Die Statue ist tatsächlich weg und... Tada! 50 Dollar. In den Staaten hätten Sie für mich nur einen netten Abend in der Bar dargestellt. Hier in Marib sind Sie harte Währung. Oh, ja. Und beim Blick auf die Zeit stellen wir fest, diese harte Währung setzen wir in der nächsten Folge ein, wenn wir zu Ulta gehen werden, um die Reise zum Bozert Hill aufzunehmen. Aber wie gesagt, erst beim nächsten Mal. Hier machen wir Schluss. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.